Ich heiße Birgit Mecklenburg, ich komme aus Geldern, ich habe zwei Kinder, die sind aber schon ganz groß. Einer ist 31 und der andere ist 29. Ich bin sozialpädagogische Familienhilfe, also ich bin selbstständig und betreue Familien und ihre Kinder und bin da mit ihren Problemen beschäftigt. Ich habe nach einer neuen Möglichkeit für mich gesucht. Ich wollte einfach meinen Horizont erweitern, mich weiterbilden und wirklich eine Möglichkeit für mich finden, die, von der ich denke, wird sie wirkt. Und da habe ich mich im Internet schlau gemacht und habe mir gedacht, das hört sich ganz gut an, und dann habe ich mich angemeldet. Die ist super. Die Stimmung ist total gut. Die Stimmung ist witzig, es ist unglaublich informativ, man lernt ganz viel, man wendet die Sachen an sich an, die Tools wirken wirklich richtig gut. Hätte ich auch nie gedacht, ich bin ein Rekarbegeister. Ich finde Daniel unglaublich amüsant, der ist sehr authentisch, sehr kurzweilig und unglaublich kompetent. Auf jeden Fall. Also ich habe ja, wir trainieren ja die Methoden an uns selber und ich habe wirklich ganz positive Erfahrungen auch an mir selber gemacht. Ich habe ganz viele Dinge bei mir bearbeitet, die ich so nie für möglich gehalten hätte. Und ja, auf jeden Fall sollte jeder Mensch sollte in den Genuss kommen.